Sie sind nun am Ende unseres Lernangebots angekommen und ich hoffe, dass Sie neue Erkenntnisse gewonnen haben und vielleicht auch einige der Tipps schon erfolgreich umsetzen konnten. Falls Sie bisher nur passiv konsumiert und noch nicht aktiv ausprobiert haben, möchte ich Sie an dieser Stelle ermutigen, das jetzt noch zu tun. Fangen Sie ruhig klein an. Suchen Sie sich einfach einen Tipp aus einem Kapitel und probieren Sie den in den kommenden Tagen mal aus. Vielleicht haben Sie auch schon zu Beginn mit der Reflexion begonnen und Sie sind bereits dabei, Ihr Verhalten zu ändern. Dann machen Sie doch noch einmal eine Tagesreflexion und schauen Sie mal, wie sich Ihr Verhalten gegenüber der Ausgangssituation verändert hat. So oder so, bleiben Sie weiter dran und lassen Sie sich nicht entmutigen, auch wenn ein Tipp mal nichts für Sie sein sollte. Bleiben Sie digital achtsam, bleiben Sie digital souverän. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020